Ich lerne Deutsch. Lediglich Vergiss bitte nicht, diesen Kanal zu abonnieren. Ich wollte lediglich nachfragen, ob alles in Ordnung ist. Betont, dass es nur eine einfache Nachfrage ist und nichts weiteres damit verbunden ist. Das sind lediglich Gerüchte. Betont, dass es sich nur um Gerüchte handelt und nicht um bestätigte Fakten. Sie hat lediglich zwei Stunden geschlafen. Sie hat lediglich zwei Stunden geschlafen. Betont, dass sie nur zwei Stunden Schlaf hatte, was sehr wenig ist. Wir benötigen lediglich ihre Unterschrift. Wir benötigen lediglich ihre Unterschrift. Betont, dass nur die Unterschrift gebraucht wird und nichts weiteres. Er hat lediglich die Anweisungen befolgt. Betont, dass er nur das gemacht hat, was ihm gesagt wurde und keine Eigeninitiative ergriffen hat. Das Problem liegt lediglich an der Software. Betont, dass das Problem nur an der Software und nicht an der Hardware oder anderen Komponenten liegt. Die Kosten betragen lediglich 20 Euro. Betont, dass der Betrag nur 20 Euro ist, was weniger sein könnte als erwartet. Vergiss bitte nicht, diesen Kanal zu abonnieren. Und gib uns bitte ein Like.